Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Wolf Among Us. Wir sind hier bei Tod in seinem Apartment und sein kleiner Junge hat irgendwie, ja, davor geheult gehabt. Irgendwas ist hier los. Irgendwas stimmt hier nicht. Er verheimlicht uns irgendwas. Ähm, die Frage ist, was? Ja, wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen umsehen in diesem Apartment. Äh, ob wir denn da... Oh, da ist... Fuck, da ist sogar Blut. Okay. Warum ist da Blut? Warum? Ich glaube, es ist Blut. Es ist noch frisch. Oh, well, ich habe meine Hände. Ich rief wie ein Fisch, um ein Wälder zu holen. Ich muss noch etwas auf die Verkaufungen haben. Lampen in Pieße, Blut auf der Wälder. Es ist riesig, ich weiß. Das klingt schmerzhaft. Oi, nicht du gehst, Mavarenning. Die Wälder hat nicht sehr lange, du weißt. Die Hände sind ein Fäbel, ich glaube. Und ein Frog. Er labert ein bisschen zu viel und er ist nervös. Schaut mal. Und Fireplace Poker und damit wurde wohl wahrscheinlich jemand schön erwischt. Das geht nämlich schön tief, wie man sieht. Es gibt mehr Blut hier. Auf der Poker? Ja. Was hat das passiert? Oh, well, das ist... Das ist, wie es passiert, nicht wahr? Ich war... Ich war in den Köln und es hat ein bisschen geschnitten. Es hat in meinen Fuß wie ein Seashell geschnitten. Und genau deswegen ist das Blut auch an der Wand. Ja, das hat er auch noch gelogen. Nee. Er lügt. Warum ist dein Blut da auf der Wand oben? Das kann nicht sein. Oh mein Gott, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Why don't you believe me? I mean, things happen, you know. I think maybe you're hiding something. Quite and something. Aber sicher sogar. But, to tell you the truth, I don't know you. But I know you're lying about something. But I'm not... You're just gonna make it worse for yourself, the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Nee, nee, nee. Das ist eine Lüge. Das Blut kann da nicht da oben sein. Das kann nur sein, wenn da hier irgendwie jemanden ausgeholt hat. Na, schau mal. Das sieht jeder. Hm. Sind auch Spuren. Hm. What is it now? If it's blood, you know what happened. I... No. There's marks here on the window, sir. And what's that about? Hm. No real reason. Just last night, when I'd come out, I was in a... A downright dizzy, mate. As you would be. And I've blown forgot the keys to this place. Hm. And I had to climb in through the bloody window. Hm. Das Fenster kann man nur von innen öffnen, wie so aussieht. Ja, 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 ja. Hier ist irgendwas vor sich gegangen. Ist das ein Dust Ring? There's a mark over here, too. What do you mean? There's a clean space in the Dust over here. Oh. Maybe one of Junior's toys or something. I mean, who knows? Hm. Ah, da stand die Lampe. Da stand die Lampe. What's the sinister bit of you uncovered this time? I live a tap water running? Didn't stop the recycling? What's the point of all this, mate? Really? That broken lamp used to be here, right? Just tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing! And why did the lamp have to be there? Of all the blooming pointless inquiries. It's my own place. Don't you think I'll know what happens in it? Because the lamp was always over here, Toad. It was over here, and now it's there. The space in the Dust is from where you moved it. Oh, I did some refiguring. Who fucking cares? Mm, hmm. Hmm. Mm, 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 mm. You can't put this to lose. Ah, yeah, 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 yeah. I have no clue what happened. I have to ask you a little bit. Die meisten Leute denken, dass sie sie sind. Aha, wie geht's das? Es gibt nichts, aber ich weiß noch was. Hat der Kind gesagt nichts? Nein, nichts wirklich. Er war wirklich schrecklich. Er sagt nicht warum. Was passiert. Bleib mit dem Kind, bis ich herausfinden, warum. Scheiße, jetzt würde ich mal langsam sagen, Toad, dass du mir sagst, was los ist. Hm. Na? Er will es einfach wirklich nie sagen. Busted Latch, da gibt's ja auch nochmal was. Und warum ist der Lack kaputt? Hä? Der Lack? Es sieht aus, als ob jemand die Tür in die Tür geklappt hat. Ein Spott mit Knochen und ein geschlosses Knochen. Wofür hast du das, Mann? Oh, für Christus, ein verdammter Knochen ist seit Wochen, Mann. Genau wie alles in diesem verdammten Gebäude. Hm, 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 hm. Kleine Frosch mit dem englischen Slang. Find das so geil. Hm, aber wieso klettert er dann durchs Fenster, wenn das eh schon offen ist? Und warum bist du in durchs Fenster, dann? Uh-huh. Huh? Warum bist du in durchs Fenster? Du hast es selbst gesagt. Der Lack hat sich verraten für Wochen. Du wirst nicht eine Schlüssel für in die Tür. Fuckin' hell. Was bist du auf, Mann? Nach dem Staat in der Stadt, ich hatte nicht mehr, das war alles. Ich habe vergessen, dass der fucking Handel war fucking busted. Und ich will dir was, was anderes ist. Es ist embossend, du bringst all diese shit, okay? Also, mit einem 3er Degree und all das. Ja. 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 Du sagst, auf meine Gesichter, dass du denkst, dass ich etwas von dir gehst. Du hast du aus der Runde ein wenig Zeit genommen, aber nichts ist hier. Also, wann? Wann werden du verlassen? Ich meine, ich fühle mich wie ich auf der Fall hier bin. In meiner eigenen Haube. Es ist nicht so sehr. Wenn du dich erzählst, Toad? Ich habe dir die Wahrheit erzählt, Mann. Jesus Christus, was mehr willst du? Okay. Soll ich ihn drohen? Ja, er ist ein kleiner Frosch, den könnte ich eigentlich wegtun. Hm... Das alles wird ein bisschen stressvoll, okay? Ich habe mein Limit für Scheiße, Toad. Und ich denke, wir haben es zehn Minuten vorhin erreicht. Jetzt, du sagst mir, was hier passiert ist, oder ich werde beginnen! Dad! Bigby, ist das wirklich notwendig? Oh! Er schützt etwas. Either etwas, was er weiß, oder etwas, was er gehalten hat. Aber ich werde nicht mehr spielen mit ihm. Dad! Oh mein Gott! Du bist ja selbst verafgelt. Du hast mich nicht verabschiedet. Du hast ihn nicht verabschiedet. Du hast ihn verabschiedet, dass du dem Kapitli für dich gar nicht identity vetst. Du hast ihn zurückgeführt, weil du ihn für siegst. Du bist er aus als Eerang geflucht. Du hast ihn herausgeführt. Das war's mit ihm. Du hast ihn nicht verabschiedet, was er dir gemacht hat. Du hast ihn this. Ich versuchte mich ab, als ich sagte, dass ich es nicht hatte. Ich versuchte, um rauszuhren, aber er hat mich zurückgebracht. Es war eine lange Zeit, ich kann euch das erzählen. Was war er für? Ich habe keine Ahnung, Sheriff. Ich hätte dir gesagt, ich wollte es, wirklich, ich habe es gesagt. Aber er sagte, wenn es das immer wieder zurückgebracht hat, wenn er immer glaubt, dass du, oder Miss White, er würde zurückkommen und töten meinen Poi. Ich versuchte, dass der Mann eine Karte gegeben hat. Ich würde es nicht nehmen. Wer ist die Karte? Die Frau. Dad büren die Dinge von Menschen, die hier leben. Uh, manchmal... Büren? Ich würde nichts mehr nehmen. Wenn dich hier herumschneiden würde, würde ich dich verletzen. Ich würde mir nur repräsentieren, was du hinterlassen. Wir werden jetzt die Karte nehmen. Wenn sie eine Karte haben, Familie, jemanden. Okay. Fertig ihm die Karte. Ich würde es nicht schützen. Ich würde es nicht auszudenken. Ich würde es nicht auszudenken. Hm. Für mehr Glück ist es eine Karte mit einem Blut-Tabloon. Es ist eine Karte von Prinz Lawrence. Willst du ihn versuchen, oder? Entschuldigung, Faith. Was könnte sie für sie entschuldig sein? Ich weiß nicht. Vielleicht hat Lawrence das. Es war ein sehr verrückter Tag für alle uns, nicht wahr? Ich würde dich raussehen, aber ich bin Angst, dass du mehr Blut in den Ort spielst. Es war sehr schön mit dir sprechen, T.J. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ehrlich, Bigby. Ich weiß wirklich nicht, wie ich fühle, was da passiert. Wir haben, was wir gekommen sind. Einige Informationen. Sie werden alles gut. So die Prinz ist jetzt? Lawrence. Ja. Das ist unser bester Leben. Unser nur. Wir müssen es so sagen. Wenn du es da sagst. Gut, dann schauen wir uns jetzt auch mal Lawrence das Apartment an. Ich will nicht mehr hier bleiben, als wir hier müssen. Also, wählen wir eine Beziehung und bleiben mit dem, okay? Just humor mich. Wir sind hier für Fragen, Lawrence. Bump ihn auf der Liste, oder cross ihn auf entweder. Okay. Was ist es? Ich glaube, ich glaube, er hat es gemacht. In Situationen wie diese, ist es nicht der Mann? Für Mondes, vielleicht. Aber das ist anders. Na gut. Naja, da liegt jemand eher am Boden. Da ist niemand daheim. Tür ist ja offen. Oh, der ist schon länger. Kaputt. Oh nein, da liegt er noch. Oh, er braucht Wasser. Okay. Küche? Wo ist sie? Da. Schnell, 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 schnell. Warte mal, was ist denn da eigentlich immer? A Note. Ja, irgendwas mit Pizza und bitte such nicht nach mir. Wenn du etwas hinterher hast, sollst du es jetzt tun. Was das auch mit Verwaltung? Das geht um Verwaltung? 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 Wie gesagt hat er nicht. Es sind nur zwei Worte, aber er stirbt ohne sie zu sehen. Entschuldigung. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist und finden, wer das gemacht hat. Also, was mir gleich als erstes aufgefallen ist, sind hier Pillen, Alkohol und hier noch Teller am Boden. Das heißt, der Typ hat sich nicht wirklich um irgendwas gekümmert, also eventuell war er depressiv wegen irgendwas. Daran sieht man einfach die Unordnung, den Alkohol und die Teller am Boden und auch die Tabletten, die er genommen hat. Da sieht man das einfach daran. Ah, hier ist eine Pistole. Was ist das? Diese Pistole war nicht vorhin. Vielleicht eine Woche vor. Noch mehr. Okay. Sie werden auf der Grip und der Trigger. Oh, was haben wir denn hier? Child casing. Eine Hülse, eine Patronenhülse. Okay. Das hier kann man sich gar nicht anschauen. Okay. Okay, okay, okay. Hier sind Pillen. Schlaftabletten. Was sind sie? Schlaftabletten. Vielleicht könnte ich auch gebrauchen. Okay. Okay. Ich denke mal hier haben wir eigentlich alles schon gesehen. Oh, dann schauen wir uns jetzt hier mal hier das Messer an. Ah, wir hätten wahrscheinlich eher hier kommen sollen, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Ja. Denn das beim Tod war jetzt nicht wirklich klingend. Ja. 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 Wie ist denn mit einem A? Ein Einflussloch? Okay. Da ist auch noch Blut. Na gut, dann werden wir jetzt mal hier. Die Türen schauen hier. Panel. Okay. Was ist das? Die Türen schauen. 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 Den holen wir uns. Den holen wir uns. Wer ist denn das? Die Türen schauen. Oh shit. Fuck. Habe ich ihn? Ja. Die Türen schauen. 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 Das ist chröhnisch. Gut. Kohle. Wenn die Türen konferen sind. Gut. Die Türen schauen. S geht was, kommt ein Mann mit dir raus. Das übersch bare waves. Was ausgedeint in einem Auto und wegfallen. Hm. Wir machen hier, sorry, ja, den kleinen Cut. Wir sind schon bei 25 Minuten, Leute. Wir werden jetzt beim nächsten Mal genau hier wieder weitermachen. Ich weiß, fieser Cut. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.